Rüthen ist eine Stadt im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Rüthen erhielt im Jahr 1200 die Stadtrechte. Im Mittelalter hatte Rüthen zeitweise erhebliche Bedeutung als administrativer Mittelpunkt des Herzogtums Westfalen und als Hansestadt. Seit dem Spätmittelalter entwickelte sie sich immer mehr zu einer Ackerbürgerstadt. Die heutige Stadt ging aus dem Zusammenschluss der Kernstadt mit 14 bisher eigenständigen Gemeinden hervor. Statistisch gilt Rüthen heute als große Landgemeinde. Geografie Rüthen wird in Ost-West-Richtung von der Möhne, dem größten Fluss des Stadtgebietes, durchflossen. Sie tritt bei Heidberg auf 335 Meter Ü. NN in das Stadtgebiet ein und verlässt es bei Drewerheide auf 294 Meter Ü. NN wieder Die Kernstadt liegt etwa mittig im Stadtgebiet auf einer Anhöhe nördlich der Möhne. Südlich der Möhne erhebt sich der Arnsberger Wald, in dem die Ortschaft Kallenhardt liegt. Im Arnsberger Wald erreicht das Stadtgebiet am Wehberg eine Höhe von 528,9 Meter Ü. NN Der nordöstlich des Wehbergs liegende Langeberg ist 486,2 Meter hoch. Innerhalb des zum Naturpark Arnsberger Wald gehörenden Gebietes fließen Biber und Glänne in nordwestlicher Richtung. Naturräumlich gehört dieser Teil des Stadtgebietes zum Nordsauerländer Oberland. Nördlich der Möhne liegen die übrigen Ortschaften Rüthens. Bis zum Haarstrang steigt das Gelände bis auf rund 380 Meter an. Der Haarstrang bildet die Wasserscheide zwischen Ruhr und Lippe. Die nördlich des Haarstrangs fließenden Bäche entwässern sich über die Lippe. Nach Norden fällt das Gelände sacht in Richtung Süsterbörde. Nördlich von Westerreiden liegt auf 129 Meter Ü. NN die niedrigste Stelle des Stadtgebietes am Bachlauf der Pöppelsche. Es dominiert landwirtschaftlich genutztes Offenland. Naturräumlich gehört der nördliche Teil des Stadtgebietes zu den Hellwegböden der westfälischen Bucht. Rüthen erstreckt sich heute über rund 22 Kilometer in Nord-Süd-Richtung und 11 Kilometer in West-Ost-Richtung. Mit 158 Quadratkilometer ist Rüthen die flächenmäßige größte Gemeinde im Kreis Soest. Von diesen sind 94,15 Quadratkilometer landwirtschaftliche Nutzflächen, 49,31 Quadratkilometer und 13,17 Quadratkilometer Siedlungs- und Verkehrsflächen. Sonstige Flächen machen 1% aus. Der Ort liegt im Süden des Kreises Soest. Im Mönetal grenzt er an den Hochsauerlandkreis. Die Nachbargemeinden von Norden im Urzeigersinn, Erwitte, Geseke, Bühren, Brilon, Ohlsberg, Bestwick, Warstein, Anrechte. Die Stadtgrenze zwischen Brilon und Rüthen wird durch den Hängelsbach gebildet. Rüthen besteht aus folgenden Stadtteilen. Geschichte Namensgeber der heutigen Stadt war das ca. 2 Kilometer westlich gelegene Dorf Altenrüthen, das bis 1200 Ruottino hieß. Die dortige Pfarrei Sankt, Gervasius und Protasius ist die älteste im Umkreis und wurde in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts als Stammfahrer von der Urpfarrerwitte aus eingerichtet. Im Jahr 1072 übertrug Erzbischof Anno II. ihre Einkünfte an das neu gegründete Kloster Grafschaft. In Altenrüthen lag ein erzbischöflich-kölnischer Haupthof. Diesen hatten die Herren von Rüdenberg zu lehnen. Im Gebiet des heutigen Rüthen erwarben die Erzbischöfe von Köln seit 1180 als Herzöge in Westfalen zunächst umfangreiches Grundeigentum. Aber auch die Arnsberger Grafen hatten dort erheblichen Besitz. Am 29. September 1200 wurde Rüthen durch den Kölner Erzbischof Adolf I. von Altner, der als Herzog von Westfalen das Befestigungsrecht hatte, zur Stadt erhoben und kontinuierlich mit Mauern und Gräben befestigt. Offenbar wurde eine bereits vorhandene ältere Höfesiedlung der Grafen von Arnsberg in die Neugründung mit einbezogen. Die planmäßige neue kölnische Stadtanlage zeichnet sich noch heute durch den deutlich sichtbaren Unterschied zwischen dem unregelmäßigen Straßensystem umseinkt Nikolaus und den regelmäßig und parallel verlaufenden Straßen umseinkt Johannes ab. Neben dem ältesten schriftlich überlieferten Stadtrecht aus dem späten 13. Jahrhundert behielten aber zunächst die Grafen von Arnsberg nach der Gründung über einige Jahrzehnte noch eine Mitbeteiligung an den Stadteinkünften aus der älteren Höfesiedlung. Diese Privilegierung schwand aber gegen Ende des 13. Jahrhunderts. Rüthen lag strategisch günstig über dem nördlichen Ufer der Mühne auf einem 38 Hektar großen Bergvorsprung. Die Gründung der Stadt gehörte zur expandierenden Territorialpolitik der Kölner Erzbischöfe, ihre Position in Westfalen nach der Übertragung des Titels eines Herzogs von Westfalen auszubauen. Die Stadt richtete sich strategisch gegen die Bischöfe von Paderborn, die Grafen von Arnsberg und die Edelherren von Bühren. Gesichert werden sollte auch die Verbindung zur größten kölnischen Stadt Westfalens, Soest. Zudem sollte von der neuen Stadt aus insbesondere das Gebiet des Arnsberger Waldes vereinnahmt werden. Anfangs diente der Ort sogar bis in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts als Sitz des Marschalls von Westfalen als Vertreter des Erzbischofs und war damit zeitweise das kölnische Machtzentrum in Westfalen. Im Westen der Stadt vorgelagert wurde daher anfangs des 13. Jahrhunderts eine großflächige Burganlage als Landesburg mit einer beträchtlichen Besatzung erbaut. Die Burgmannschaft bestand aus bis zu zwölf Lehnsnehmern des Landesherren. Bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts spielte die Burg allerdings für die Erzbischöfe keine wichtige strategische Rolle mehr und verfiel. Auf ihrem Gelände entstand seit 1826 der neue Friedhof der Stadt. Dem Stadtrecht Rüthens diente zunächst das höchste Stadtrecht als Vorbild, es wurde aber dann eigenständig erweitert. Es wurde von weiteren Städten wie Gesicke, Hallenberg, Medebach, Werk, Warstein, Schmallenberg, Winterberg, Belecke und Kallenhardt übernommen. Die neue Stadt selbst zog Leute aus dem Umland an. Wohl noch vor 1300 sind die Bewohner der in der Stadt nahen Feldmark gelegenen Dorfsiedlungen Harderinghausen, Schnaringhusen, Wulmeringhusen und Brüdinghusen in die neue Stadt gezogen. Ihre Landwirtschaft betrieben die umgesiedelten Neubürger nun weiter von Rüthen aus. Zum Einflussbereich der Stadt gehörten mindestens seit dem frühen 16. Jahrhundert auch drei Dörfer und drei einzeln gelegene Höfe. Ihre Bewohner fanden in Nordseiten als Pfahlbürger Schutz in der Stadt, hatten als Gegenleistung aber eine Reihe festgelegter Hand- und Spandienste für den Rütener Magistrat zu leisten. Obwohl zunächst aus strategischen Gründen entstanden, profitierte der Ort selbst auch von der Lage zwischen Hellwig und Bergland. Dies ermöglichte bald die Ausbildung eines breit gefächerten wirtschaftlichen Lebens. Im Mittelpunkt standen die allgemeine Landwirtschaft sowie die Schafhaltung und Wollgewinnung. Rüthen entwickelte sich zu einem wichtigen Marktort für das östliche und südöstliche Westfalen bis in das nahe Hessen hinein. Der Handelsradius für die eigenen Güter war dagegen deutlich enger begrenzt. Ab 1469 war der Ort Mitglied der Hanse. Rüthen war Beisthard von Soest. Ihm selbst unterstanden als zugewandte Otte war Stein, Kallenhardt und Belecker. Für die aufstrebende Entwicklung spricht auch, dass es zwei Pfarreien gab, die allerdings von nur einem Pfarrer verwaltet wurden. In der Stadt entstand seit 1420 ein Hospital und außerhalb der Stadt wurde eine Unterkunft für Leprakranke errichtet. Ein Augustinerinnenkloster entstand um 1480. In den folgenden Jahrhunderten nahm die Bedeutung Rüthens allerdings deutlich ab. Bereits im späten 16. Jahrhundert schwächte sich der Außenhandel ab und das Entzünften organisierte Handwerk hatte seit dem 17. Jahrhundert kaum Bedeutung über das Go-Gericht Rüthen als näheres Umfeld der Stadt hinaus. Trotz der ökonomischen Stagnation führten die politische Stellung, die handwerklichen Strukturen und die relativ günstigen landwirtschaftlichen Bedingungen dazu, dass der Ort auch in der frühen Neuzeit zu den bedeutendsten Städten im Herzogtum Westfalen gehörte. Das Schatzungsregister von 1536 erbrachte ein Steueraufkommen von 250 Gulden. Dies war weniger als etwa Gesicke und Werla aber deutlich mehr als in den anderen Städten. Ahrensberg brachte es etwa nur auf 40 Gulden. Die Macht hatte in Rüthen bis Ende des 16. Jahrhunderts eine kleine Gruppe von wohlhabenden Familien. Gegen diese entstand seit 1577 im Rahmen der landesweiten truch-sässischen Wirren der sogenannte Bürgerstreit, der von der Klageschrift der örtlichen Schützenbruderschaft gegen den Magistrat ausging. Es ging unter anderem um die Mast- und Weidemöglichkeiten, die Waldnutzung und ähnliche Probleme. Der Rat wandte sich vergeblich an den Landesherren zur Beilegung des Konflikts. Schließlich kam es 1580 während der Ratswahl zu Unruhen und der Vertreibung der neu gewählten Ratsherren durch die Masse der Bevölkerung. Daraufhin bemühte sich die landesherrliche Verwaltung intensiver um die Beilegung des Konflikts. Sie gipfelten 1584 in der Verleihung einer neuen Ratswahlordnung, die das Rotationsprinzip für den Bürgermeister und die Magistratsämter einführte. Auch gegen den Versuch des Landesherren, seine Gerichtshoheit über die zur Stadt gehörenden Dörfer auszuweiten, kam es zu Konflikten. Sie endeten nach Anrufung des Offizialgerichts in Werl 1637 mit einem Erfolg Rüthens. Wie auch andere Orte des kurkölnischen Herzogtums Westfalen und Mitteleuropas war die Stadt in der frühen Neuzeit Schauplatz von Hexenprozessen. Von 1573 bis 1664 wurden in der Stadt und im Go-Gericht Rüthen 104 Hexenprozesse durchgeführt. Dabei sind mindestens 167 Menschen hingerichtet worden. Nur einzelne Personen, wie etwa Freund Happen, Angeklagter während der Hexenverfolgungen in Rüthen, trotzte der Folter und schaffte es, dem Schuldvorwurf zu widersprechen. Nach zwei Monaten Haft und dreimaliger schwerster Folter wurde Freund Happen am 23. September 1660 schließlich freigelassen. Am 31. März 2011 beschloss die Stadtvertretung Rüthen eine sozial-ethische Rehabilitation aller im Bereich der heutigen Stadt Rüthen während des 16. und 17. Jahrhunderts im Rahmen der Hexenverfolgung unschuldig verurteilten und hinrichteten Personen. Nach dem demografischen Rückgang durch den Dreißigjährigen Krieg, die Pest von 1625 und einem großen Stadtbrand von 1654 sind für Rüthen 1670 nur noch 270 Haushalte mit 1050 Bewohnern nachzuweisen. Man zählte zwar insgesamt 416 Hausstätten, von denen aber zu dieser Zeit 143 unbewohnt waren. Die Zahl der Einwohner stieg dann bis 1717 auf ca. 1200 zu 1300 Einwohner in 359 Haushalte an. 1759 zählte man 1431 Einwohner, darunter 43 Juden und 427 Kinder unter 12 Jahren. Bis 1818 wuchs die Bevölkerung auf 1714 Personen und damit in etwa die Zahl vor dem Dreißigjährigen Krieg. In dieser Zeit hatte Rüthen etwa 400 Wohngebäude. Rüthen entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu einem Zentrum der Bauindustrie für Kirchen, Rathäuser, Schlösser und Klöster. Aufgrund des Rüthener Grünsandsteins ließen sich zahlreiche auswärtige Bild- und Steinhauer, Maurer sowie Maler und Holzschnitzer in Rüthen nieder. Im Herzogtum Westfalen wurde eine Vielzahl bekannter historischer Baudenkmale bis um 1750 aus dem grünen Sandstein von Rüthener Handwerkern angefertigt und eine Reihe von Kirchen und Kapellen mit ihren künstlerischen Holz- und Malerarbeiten ausgestattet. Die Stadt hatte nur eine kleine wohlhabende Oberschicht, die 1759 ca. 7% ausmachte. Die Mehrzahl der Stadtbewohner zahlte zwar Steuern, aber das soziale Gefälle war hier groß. Immerhin fast die Hälfte der Einwohner lebten in kleinen Verhältnissen. Die Zahl der zum eigentlichen Armenhaushalt zählenden Bewohner war mit etwas mehr als 3% dagegen sehr gering. Ein beträchtlicher Teil der Einwohner lebte im 18. Jahrhundert vom Handwerk. Die Dienstleistungsberufe im weitesten Sinn kamen auf 11%. Schwächer vertreten war der Handel mit 5%. In den verschiedenen Phasen des Dreißigjährigen Krieges wurde die Stadt von den Kriegsereignissen betroffen. Im Jahr 1644 Set B. marschierte der schwedische General Douglas nach der Eroberung von Obermaßberg nach Arnsberg auch über Rüten. Dabei wurde die Stadt schwer geplündert. Im Jahr 1654 wurde ein Kapuzinerkloster gegründet. Eine schwere Epidemie der Roten Ruhr brach 1673 aus. Die erste Normalschule zur Lehrerausbildung im Herzogtum Westfalen eröffnete Friedrich Adolf Sauer 1795 in Rüten im Gebäude des Ehem-Urselinen-Klosters. Ähnlich wie im 16. Jahrhundert kam es 1734 zu Beschwerden der Bürgerschaft. Dabei warf man dem Magistrat unter anderem Steuerverschwendung vor. Die Vorwürfe wurden von der landesherrlichen Verwaltung untersucht, blieben jedoch für das alte Ratssystem folgenlos. 1802 kam die Stadt mit dem Herzogtum Westfalen zur Landgrafschaft Hessen und 1816 zu Preußen. Auch im 19. Jahrhundert bis weit ins 20. Jahrhundert hinein blieb Rüten vorwiegend landwirtschaftlich geprägt. Um 1850 entstand das erste Haus außerhalb der alten Stadtbefestigung. Erst die Eisenbahnanbindung von 1898 und 99. ermöglichte eine Industrialisierung durch einige Sägewerke in Bahnhofsnähe und die Ausweitung des grünen Sandsteinabbaus. In Rüten existierte von 1876 bis 1926 ein Lehrerseminar, das für die Innenstadt eine wirtschaftliche Belebung bewirkte. Als eine in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch fast rein katholische Stadt dominierte politisch die Zentrumspartei. Im Jahr 1924 stimmten noch 80% der Wähler für das Zentrum. Noch bei der Reichstagswahl März 1933 kam die Partei auf 55% der Stimmen. Allerdings kam die NSDAP auf 30,2%. Dies war deutlich mehr als in anderen katholischen Regionen des Sauerlandes. Zu Beginn der Zeit des Nationalsozialismus wurden 1933 sechs Einwohner aus Rüten im KZ Benninghausen inhaftiert. Die US-Armee besetzte am 1. April 1945 Rüten ohne größere Kämpfe. Am 6. April wurde mit Kallenhardt der südliche Bereich der Stadt besetzt. Die Kommune entstand in ihrer heutigen Form im Zuge der Kommunalreform, die am 1. Januar 1975 in Kraft trat aus den 15 selbstständigen Gemeinden Altenrüten, Drewer, Hämmern, Heinkhausen, Kallenhardt, Kellinghausen, Kneblinghausen, Langenstraße, Heddinghausen, Meiste, Menzel, Nettelstedt, Östereiden, Rüten, Weikede und Westereiden. Hinzu kamen kleine unbewohnte Gebietsteile der aufgelösten Gemeinden Eiffeln und Sotrop. Drewer trat ein 19 Hektar großes Gebiet mit damals 16 Einwohnern an die Stadt Warstein ab. Rüten nach dem damaligen Gebiet stand Rüten nach dem heutigen Gebietsstand mit allen Ortsteilen. Die Bevölkerungsdichte ist mit 66,5 Einwohnern pro Kilometer Quadrat vergleichsweise gering. Auch im Vergleich mit dem Durchschnitt der vergleichbaren Gemeinden in NRW ist die Bevölkerungsdichte sehr gering. Die Bevölkerungsentwicklung ist als Folge einer negativen Geburten- und Wanderungsbilanz seit Jahren rückläufig. Im Jahr 2010 war ein Verlust von 1,6% zu verzeichnen. Religionen Als Teil des ehemaligen Herzogtums Westfalen ist Rüten traditionell katholisch geprägt. 73% der Einwohner sind katholisch. Weitere 15% sind evangelisch. Etwa 12% haben einen anderen Glauben oder sind konfessionslos. Die katholischen Kirchengemeinden haben sich zum Pastoralverbund Rüten zusammengeschlossen. Dieser gehört dem Dekanat Rüten-Lippstadt im Erzbestum Paderborn an. Insgesamt existieren elf katholische Kirchengebäude im Stadtgebiet. Für die evangelischen Christen im Süden besteht der Pfarrbezirk Rüten. Der zur evangelischen Kirchengemeinde Warstein im Kirchenkreis Armsberg gehört mit zwei Kirchen. Die im Norden von Rüten liegenden Ortschaften sind Teil des Pfarrbezirks Anrechte. Der zur evangelischen Kirchengemeinde Erwitte im Kirchenkreis Sus zählt. Beide Kirchenkreise gehören zur evangelischen Kirche von Westfalen. Für Rüten gibt es vereinzelte Nachrichten über jüdisches Leben aus dem 13. und 15. Jahrhundert, ehe sich seit 1587 dauerhaft nachweisbar eine Gemeinde etablierte. Von ihr zeugt auch heute noch ein eindrucksvoller Begräbnisplatz im ehemaligen Stadtgraben. Während die Synagoge 1938 von den Nationalsozialisten zerstört und die Gemeinde 1942 vernichtet wurde. Politik, Stadtvertretung, Zusammensetzung der Stadtvertretung nach der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mit der norddeutschen Ratsverfassung in Nordrhein-Westfalen eine Doppelspitze aus einem ehrenamtlichen Bürgermeister. Als Vorsitzender des Rates und Repräsentant der Stadt sowie einem hauptamtlichen Verwaltungschef eingeführt. Seit den 1990er Jahren gilt eine modifizierte Form der süddeutschen Ratsverfassung in Nordrhein-Westfalen. Danach wurde die Doppelspitze aus Bürgermeister und Stadtdirektor abgeschafft. Die Position des Bürgermeisters wurde gestärkt. Dieser ist seither ein hauptamtlicher Wahlbeamter und gleichzeitig Vorsitzender der Stadtvertretung. Bürgermeister vor 19451243 Gerlacus Magisterkonsulung Die Bürgermeister ab 1282 entstammen folgender Liste, die aus dem Werk von Bender über Rüten entnommen ist. 1282 Vollandjus der Langenstrat, 1307 Godefriedus de Ulde Konsul, 1312 Gobelinus de Ulde pro Konsul, 1315 Gobelinus dober pro Konsul, 1322 Ludbertus de Anlagen pro Konsul, 1330 Arnoldus de Bruverde in Schussen pro Konsul, 1334 Liedmar de Brun in Schussen pro Konsul, 1338. Friedrich de Melderich und Gerhardus de Ruden pro Konsul und Gerhard, de Heidinghausen konsul, 1339 R. Ulde, de Eierdinghausen konsul, 1350 Fried, de Sassendorf konsul, 1355. Gehardus de Jähen und Georgius de Brüer den Husen, 1359 Ger, de Jeeschen, 1372 Frieder, Volkini pro Konsul, 1377 Fried, Volkini de Nettelsteden pro Konsul, auch genannt Nölke Schuten Bürgermeister, 1385. Konrad Porboning Konsul, 1417 Rudol, Vollenspiet Konsul, 1442. Ehrenfriedus Droste Konsul, 1444. Johannes vom Röde Konsul, 1454. Ger, de Kalle Burgi Magister, 1458. 50, birthday h. Kind pero, Compartil. Ever after daten mit dem Fiss dom-Konsul. Okay, Finess. Serienfriedus Droste wszyscy das K Hirtenlsteden pro Konsul, 1490. König Bodhi der Brüdern Responsul, 1455. vibe at the meister, đ maths pokle. � a d fr Georgia. Window in motive enjoy. Na, Ores B ng, graduation 그래. 1518 Tillmann Hartmanns Bürgermeister, 1541 J.O.H. von Löhne Bürgermeister, Bernd Kramer G.N.T. Hartmann Bürgermeister, um 1581 Weidemann Bürgermeister, 1583 J.O.H. Prangen Bürgermeister, 1584 J.O.H. Hartmann Christ, Hartmann und Helmich von Löhne Bürgermeister, 1590 Johann Kramer, Herr Wich, auch Henning von Löhne Bürgermeister, 1602 Hermann Rechelmann Bürgermeister, um 1608 Flocken, 1608 und 1614 Dr. Konrad Koch Bürgermeister, 1611 Tönnis von Löhne Bürgermeister, auch genannt Henning Schlauen, Kaspar von Löhne Jobs Bessen, 1630 Konrad Röhn Konsul, 1640 J.O.H. Schreiber Bürgermeister, 1652 und 1656 Christoph Brandis Bürgermeister, 1652 und öfter Konrad Röhing, 1673 Johann Gottfried von Löhne, 1683 J.O.H. Phil Schlauen, 1692 und 1704 Wern, Joach, Wickede, Johann von Löhne, 1704 Johann Deidrich Wickede, 1720 Hermann H.K.J.O. Wilhelm Konsuls, 1727 Hermann Deidrich Wasbach Bürgermeister, 1730 um diese Zeit, Wilhelm und Anton Tutel, 1750 Franz Kaspar Röhing, 1763 Konrad Josef de Rosemeyer, 1764 Theodor Anton Jäger Konsul, 1766 Thomas Karnisius Bürgermeister, 1781 Franz Karnisius Bürgermeister, 1780 Anton Josef Gries Bürgermeister, 1783 Friedrich Matthias Karnisius B.G.M.S.T.R., 1790 Friedrich Ferdinand Gries Konsul Regens J.A. Offermanns Prokonsul, 1790 Memering Bürgermeister, 1797 Offermann Bürgermeister, 1806 J. Förstige und A. Möning Bürgermeister, 1808 Kaspar Anton Förstige, letzter Bürgermeister und erste Stadtschultheis in hessischer Zeit, 1822 Ewartsbusch, 1827 Rühl Bürgermeister, 1838 Junggeblott Bürgermeister, Bürgermeister nach 1945 Johannes Krüper, Josef Flormann, Ewald Wenge, Josef Kösters, Rolf Gockel, Rudolf Schieren, Peter Josef Weiken, Amts- und Stadtdirektoren Wilhelm Gibbons, Heinrich Kersting, Franz Koke, Ewald Tigemann, Georg Woss, Rudolf Schieren, Wappenblasonierung, in Silber ein durchgehendes Schwarzes Kreuz, das im Schnittpunkt mit einer roten Raute belegt und von vier roten Rauten bewinkelt ist. Beschreibung Die Darstellung des Wappens entspricht dem Gerichtssiegel von 1549. Das Kreuz ist das landesherrliche Kurkölnische Kreuz. Die fünf Rauten sollen ein redendes Zeichen für den Ortsnamen sein. Die amtliche Genehmigung erfolgte am 28. Januar 1911. Die Darstellung der James Hotschrift